Na Mensch, naja. Vielleicht überlebt der ja mal. Ach, wenn wir nen Shop hätten. Damit wir ihn irgendwo hin safen könnten. Ah, das Shop kannst du als nächstes herforschen. Für 48. Könntest du nach rechts hin nochmal ein bisschen defense bauen in den einen Raum? Ja. Ein Slower, zwei Cannons, einen Dust. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. An dem erforsche ich schon. Aber wir haben gerade nen neuen aufgemacht, sagtest du. Hier unten, ja. Soll ich den Shop muddle oder eher das Tiergas erforschen? Das ist ne gute Frage, Tiergas. Ich mal's nen Shop. Ah, okay. Dann haben wir's und dann... Ja, ja, ja. Ready, weiter geht's. Ja. Bitter, bitter. Warum bitte? Weil wir jetzt... Weil wir jetzt entweder vom Crystal Aufzug auf weiter nach unten gehen und dann nach rechts hinweg aber sechs Räume haben, wo Gegner spawnen. Solltest du dir mal angucken, was brauchst du irgendwie... Schwerter? Äh... Also ich kann die leider nicht tragen, aber er hat zwei Schwerter. Ah, okay. Schade Marmelade. Für was verkauft der denn? Für, äh, hier... Industry. Könntest du überlegen, vielleicht ein, zwei Sachen bei dem zu kaufen und bei dem, äh, bei dem Dust-Typen zu verkaufen. Oh. Uuuuh. Hm. Das ist gar nicht... Du solltest aber auf jeden Fall in dem, in dem Raum, wo mein Dicker drin ist, ne'n Slower, ne'n Dust und zwei Cannons spawnen. Wow. Der, äh, es gibt ja richtig viel Dust. Alter. Kommt, das kommt darauf an, äh, wie, wie teuer die waren auch. Immerhin können wir noch einen Room powern. Ey. Keine Ahnung, ey, ich hab, ich hab irgendwie 120 Industry, hab ich, hab ich ausgegeben. Ausgegeben. Und hab irgendwie elf Dust gekriegt oder so. Wir müssen noch ein, 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 ein Garth und zwei Cannons rein. Ja, ja, ja. So. Wie lange hält denn diese Dreckstähle da unten noch? Noch eine Runde. Okay, ist der Shop schon fertig? Äh, ne, der ist noch einmal forschen. Okay. Ey, ich hätte so gern endlich mal ne Waffe, ne. Geht, geht mir nicht anders. Ne. Da war jetzt hier ne Pistol drin. 30 Attack Power, Blast Tapler. Ich leg sie in den Shared Inventory. Danke. Hat das Damage, hat das Damage von meinem Bartmann erhöht. Oh shit. Oh shit. Holy shit. Literally auf 1 AP überlebt. Aber weißt, was er kaputt gemacht hat? Den Forschungsbaum ganz rechts im Raum. Oh no. That sucks. 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 Redli. Sucks big time now. Ja gut, das sind ja auch nur Science Generator. Davon haben wir jetzt drei Stück. Das ist, äh... Ah ja. Mal mitleben. Oh Jesus. Papa nackt. Zum Glück sterben die so schnell. Zum Glück sterben die so schnell. Äh... Okay. Sorry. Nö, nö. Okay, der Händler, der Dust Händler wird sterben. Und der ist doch. In dem Raum oben bis unten ist auch gar keine Defensive drin, obwohl er powernt ist. Nö, ja. Auf jeden Fall so. Ja gut, aber noch ist es gar nicht so schlecht, ne. Also... Wir haben zwar den Dust Händler wieder verloren, aber im Moment läuft es noch. Wobei wir ja... Das Layout ist relativ bescheiden. Wobei es geht auch noch. Äh... Du solltest in den Raum unten, wo der Dust Händler drin war, glaube ich, vielleicht noch Defensive bauen. Slower, Gars und zwei Cannons. Ja. Und... Äh... In dem Raum, wo deiner drin ist, der ist auch beleuchtet. Der hat... Der hat nicht so viele Plätze. Drei Stück, aber auch nur ein Slower und zwei Cannons. Oder ein Slower und ein Gars und ein Cannon. Und dann... Ja. Wenn von unten Leute kommen, gehen wir in den oberen Raum. Ja. Und von rechts... Da haben wir auch richtig... Also wir haben richtig gute Defense nach rechts, wenn ich hätte mit dem nach da gehen sollen. Ah, wir haben den Science-Ding jetzt in dem Raum verloren. Ja. Ja. Naja, das ist wie gesagt... Wir werden auch den Science-Ding jetzt so gehen wahrscheinlich. Sonst ist hier zu viel Dicke. Ja. Hm. Solange sie nur auf die... auf die großen Generator gehen... Und irgendwie... Ich sag mal so... Wir sind so weit in dem Floor drin, dass das okay ist im Moment, finde ich. Ja, ja. Ja, ist es auch. Absolut. Ich könnte überlegen, unten da jetzt nochmal eine neue Forschung anzuschmeißen. Aber mit dem Risiko, dass die da reingehen und das Ding zerstören. Ja. Aber es ist ein... Ein Science-Generator 3. Ich schmeiß ihn an, weil wir so Hard-Science brauchen. Vielleicht machen wir jetzt die letzte Tür auf und er ist dann fertig. Ja, okay. Gut. Gut. Happy. Go for it. Fuck my life. Haha. Ich krieg erst mal an jeder Ecke eine Tür. Oh nein, sie gehen hin. Oh, der ist kaputt. Nice. Ja. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Ich hab's noch gecalled. Wenn wir vielleicht von links zwei Räume wegnehmen sollen und da unten du machen sollen für genau diesen Fall. Ja, auf Nummer sicher gehen. Ja. Ja. Das wäre aber... Hätte dann bedeutet, dass wir links vielleicht so viel spawnen haben, dass es richtig schade wird. Ja. Wir haben wir wieder einen Raum mehr zu beglekt. Zu situación. Da musst du jetzt aber nichts bauen. Geh einfach weiter. Aber du hattest ja auch gecallt, dass du jetzt die Tür aufmachst, wenn es die letzte ist, oder so. Ja, genau. Dein falscher Call hat uns einfach mal gemacht. Ja, ja. Dell Level 7, okay. Ja, meine Leute sind alle ein bisschen lower, ne? Weil ich... Ja, weil du nicht so viel Food hast. Ja. Ja, ich krieg die gleiche Anzahl an Food, aber ich... Ja, genau. Das ist der Dingens auch von Team Fortress, ne? Ja, genau. Hey, last of the dungeon. Ja, das fällt auf, was wir hören, ist aber auch schon... Ist schon eigentlich relativ gut. Ja. Dann laufen sie mal durch. Und ich spinne auf dem Weg. Mein Food. Ich hab noch mal einen Hero gelevelt. Für einen Food übrig. Ja wir haben kein Food und keine Science, also ich hab kein Food und keine Science und keine Industrie. Müssen wir mal gucken auf der nächsten Ebene, dass wir die Science Generator in eine Ecke bauen, wo keine Monster dran vorbeilaufen. Ja. Also ich hab jetzt 149 Industry und 144 Food noch. Ja Food ist gut, Industry könnte besser sein. Aber wir haben halt auch viel Defensive gebaut auf dem Floor grad. Und mit den Industry Generator in vier. Jetzt langsam werden die Floors so groß, dass wir auch vielleicht einen dritten oder vierten Industry Generator bauen können. Immer drauf an wie viel Dust man hat und so ein Shit. Ja. Initial nur einen Dust Room oder was? Krass. Das ist... Bau erstmal auf jeden Fall noch einen Generator hier rein. Yes, yes. Ja nicht, dass die Runde wieder vorbei geht ohne. Oh, Self Powered Room. Best Light. Ah, fuck my life. Tiergrass. Tiergast 2? Ah, gerade nicht genügend Ah, warte Reicht das jetzt? Reicht immer noch nicht, aber Okay Äh, ja, sorry Patience is a virtue, Maven Ja, nicht wenn, wenn nichts Wenn so lange nichts geht Nichts wenn nicht passiert Ja, das ist dann Geduld seine Tugend, ja, aber wenn Wenn noch nichts passiert Ach, bitte Das ist da, das weiße Warte, 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 bevor du was machst, ich geh schnell die Forschung und schmeißen Jo Oh, dust Oh, dust Please be good 25 dust Ja, direkt mal hier, nen, äh Food-Dingens noch reinmachen Oder n' Science, n' Science, n' Science Ja, nice Und jetzt der nächste Raum, bitte Sackgasse Mit einem Generator Platz Und dann da nochmal nen Food Oder nen Science Science Ist das Ist da n Händler? Ja Ja, das ist n Händler Für Kitchen Gloves HR Manual Ja Ist halt alles scheiße Ey, immer noch keine Waffe Ja, aber du kannst hier noch nen Generator reinbauen, nen Science Generator Ja 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 Da